WTF, warum bin ich jetzt hier? Ja, zwei Basketballspiele kommen, halt von Deutschland, der Rest kommt kein Basketball. Gespielte Spiele kommen heute, drei, vier Spiele aus der La Liga, sechs Spiele aus der Bundesliga, eins aus der Spanischen, eins aus der Spanischen. Das ist auch keine Portugiesische, das ist hier nur einer aus Polen, dann noch einer hier aus, dann noch drei aus der Türkei, dann noch vier aus der zweiten Bundesliga, dann noch eine aus der zweiten Liga von Portugal, drei von, ja, Österreich. Dann gefühlt mit zehn Millionen Freundschaftsspiele, drei, sechs, ich denke mal, 20 Videos von den Freundschaftsspielen und sechs drittliche Spiele, noch eins aus der Liga, ja, ich weiß nicht, was das ist, aber das wird heute kommen. So sieht's dann aus, äh, ehrenlos, danke. Sehr, sehr gute Übergänge, sehr gut. Wird sogar bis in die späte Zeit noch was kommen. ... ... ...